Hallöchen Leute und willkommen zu einer neuen Folge Review Time. Ich sagte ja schon letztes Mal, dass die Retro-Teile der Eva-Serie jetzt abgeschlossen sind. Und so langsam kommen wir also in die Gegenwart, nämlich ins Jahr 2007. Ladies and Gentlemen, heute in der Review Time, The Rebuild of Evangelion 1.11. You are not alone. Viel Spaß. Eva 1.11, wie ich es jetzt nur noch abkürzen werde, ist eine Produktion von Studio Cara, welche eine Firma ist, die zu Gainax gehört. Und Eva 1.11 ist ein Film-Remake der ersten sechs Episoden der Originalserie Neon Genesis Evangelion. Das Ganze wurde natürlich wieder von Hideaki Anu erdacht und kam dann ein Jahr später, sprich 2008, dank Universum Anime nach Deutschland. Da die Story allerdings hier dieselbe ist wie in Neon Genesis Evangelion, verlinke ich euch einfach mal hier die Review zu Neon Genesis Evangelion und dann könnt ihr mal selber nachschauen und die ganze Review sowieso nochmal sehen, falls ihr sie noch nicht gesehen haben solltet. Was ich aber hier noch zu der Story sagen muss, ist, dass sie auch hier wieder richtig gut umgesetzt wurde und es ist schön, die Story nochmal richtig frisch zu erleben, wenn man zum Beispiel erst vor ewigen Zeiten die Original Series gesehen hat und sich dann an Eva 1.11 wagt. So viel also zur Story machen wir jetzt weiter mit den Animationen, denn Studio Cara hat hier wirklich für Eva 1.11 super, super gute Arbeit geleistet. Das Ganze sieht ultra geil aus, wir haben super flüssige Animationen, wow! Hier wurde nichts eingespart wie in der Original Series und selbst das Charakterdesign, da wurde etwas aufgepäppelt, das gefällt mir wirklich, wirklich sehr gut. Bei der ganzen Animationsarbeit ist es natürlich klar, dass CGI-Effekte und sämtliche andere 3D-Animationseffekte nicht ausbleiben, aber trotzdem sind sie hier so gut eingeartet, bei den Engeln zum Beispiel, dass es fast gar nicht auffällt, dass sie überhaupt da sind und deshalb bekommt auch Eva 1.11 im Thema Animation von mir 5 von 5 maximalen Punkten. Ein Soundtrack, der von Shit Get Serious bis Wunderschön geht. Und wow, wir haben gut passende Sounds, eine deutsche Umsetzung, die sich wirklich sehen lassen kann. Eva 1.11 ist vom Sound her wirklich eine sehr, sehr gute Sache. Was sich noch zur deutschen Umsetzung sagen lässt, wir haben nicht mal mehr dieses Namensnennungsproblem, was man in der Original Series hatte. Sprich, Namen werden so ausgesprochen, wie sie nun mal ausgesprochen werden sollen. Wirklich alles echt gut gemacht, deshalb auch im Bereich Sound 5 von 5 maximalen Punkten. Mit den 5 Punkten für den Bereich Story macht das 15 von 15 Punkten ein Perfect Score für einen Perfect Film. Wirklich eine grandiose Sache. Wow, 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 wow. Das war also heute die Review-Time und das war es leider auch mit dem Eva-Monat. Denn eigentlich hatte ich noch geplant, eine Review zu Eva 2.22 zu machen. Aber ich glaube, ihr und ich haben genug Evangelion erstmal gesehen. Und ich möchte mich auch mal wieder etwas anderem widmen. Eva 2.22 wird auf jeden Fall folgen, denn immerhin haben wir jetzt Evangelion 1.11 und Evangelion 3.33. Also sollten wir auch Evangelion 2.22 machen oder etwa nicht. Nichtsdestoweniger trotz ist jetzt erstmal Schluss mit dem Eva-Monat und Schluss mit Evangelion auf meinem Kanal fürs Erste. Und wir widmen uns am nächsten Freitag wieder einem nicht-Eva-Angehörigen-Anime. Jedenfalls würde ich euch bitten, ein Abo dazulassen, wenn es euch gefallen hat. Oder wenn es euch auch gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Das wird mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich würde sogar einen Blick behalten, ob ihr den Eva-Monat gut fandet oder nicht. Schreibt mir Fragen in die Kommentare für Lord Weekly, ganz, ganz wichtig. Und ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns nächsten Mittwoch zu Lord Weekly oder nächsten Freitag zu neuen Review Time. Und ich würde einfach mal sagen, bis dahin, tschö tschö. Und ich würde einfach mal sagen, bis dahin, tschö. Bis dahin, tschö. Bis dahin, tschö. Bis dahin. Bis dahin.